Die Werte der Matrix können direkt im Chart dargestellt werden. Damit können diese Werte leicht überprüft werden. Dasselbe gilt auch für einen einzelnen Datenpunkt. Wenn man auf einen Datenpunkt klickt, wird automatisch das Chart des Datenpunktes geöffnet. Im Chart kann ein Bereich des Charts vergrößert werden. Über den Zoom-Out-Button kann die Vergrößerung rückgängig gemacht werden. Die Optionen für das Chart können über den Button Options geöffnet werden. Über die Pfeiltaste kann zwischen den Intervallen gewechselt werden. Über die Dropdown-Liste können die verdichteten Werte im Chart dargestellt werden. In der Entry-Value-Stufe sind die erfassten Messwerte zu finden. Wichtig hierbei ist, dass diese Verdichtungsstufe vorher im Datenpunkt aktiviert werden muss. Bei Tageswerte ist das standardmäßig der Fall. Sollen mehrere Graphen von unterschiedlichen Datenpunkten in einem Chart dargestellt werden, kann das Chart-Objekt verwendet werden. Chart-Objekte werden in dem Ordner Charts zusammengefasst. Über den Editiermodus wird das Chart angelegt. Um die Datenpunkte auszuwählen, wechseln wir in den Reiter Data Sources. Über die Suchfunktion kann nach den Datenpunkten gesucht werden. Mit dem Button Save werden die Einstellungen des Charts gespeichert. Nach dem Speichern muss noch der Editiermodus geschlossen werden. Dieselben Optionen sind auch im Chart-Objekt verfügbar. Das dargestellte Intervall des Charts kann frei gewählt werden. Den Typ des Graphen können wir durch einen Klick auf den Datenpunkt in der Legende ändern. Im selben Dialog kann auch die Farbe verändert werden. Das selbe wiederholen wir für den anderen Datenpunkt. Im Reiter Chart können weitere Y- und X-Achsen hinzugefügt werden. Zuletzt muss noch die Achse dem Datenpunkt zugewiesen werden. Dies geschieht wieder über die Legende. Um verschiedene Intervalle miteinander vergleichen zu können, kann eine zweite Zeitachse eingefügt werden. Dynamic bedeutet hierbei, dass sich die zweite Zeitachse dynamisch mit der ersten Zeitachse ändert. Der zeitliche Unterschied zwischen den Zeitachsen muss daher definiert werden. Im Reiter Extras können die angezeigten Werte des Charts in einer CSV-Datei gespeichert werden. Außerdem kann ein Screenshot des Charts erstellt und gespeichert werden. Über den Button Export Chart Values as CSV werden die Werte im Chart in eine CSV-Datei geschrieben. Diese Datei befindet sich im Download-Ordner des Browsers. Nachdem die Datenqualität überprüft wurde, können Kennzahlen definiert werden. Dies ist Inhalt des nächsten Videos. Siemens. Ingenuity for Life.